Nicole Seibert, Gepu, Hohloch, geboren am 25. Oktober 1964, bekannt unter ihrem Künstlernamen Nicole, ist eine Ikone der deutschen Musikindustrie. Mit einer Karriere von mehr als vier Jahrzehnten ist sie nicht nur Sängerin, sondern auch eine talentierte Songwriterin, Musikerin und Produzentin. Nicole widmete sich unermüdlich der Kunst und hinterließ einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Doch Nicoles Leben ist nicht nur durch ihre illustre Musikkarriere bekannt, sie wird auch für ihr 40-jähriges glückliches Familienleben mit ihrem liebevollen Ehemann geliebt. Ihre Liebe ist eine wunderschöne Geschichte von Loyalität, Kameradschaft und Teilen. Die beiden haben in ihrem gemeinsamen Leben viele Höhen und Tiefen durchgemacht und ihre beiden Kinder Joël und Marie-Claire zu erfolgreichen und glücklichen Menschen großgezogen. Das Leben von Nicole und ihrem Mann ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, in der beide immer wissen, wie sie ihre Liebe und Fürsorge füreinander zum Ausdruck bringen können. Gemeinsam haben sie eine starke Familie aufgebaut, in der Liebe und Respekt das Fundament bilden. Joël und Marie-Claire sind nicht nur Nicoles Stolz, sondern auch ein Beweis für die Liebe und Solidarität dieser Familie. Obwohl sie mit ihrer Musikkarriere beschäftigt ist, steht für Nicole die Familie immer an erster Stelle. Sie teilt oft herzliche Momente mit ihrem Mann und ihren Kindern und lässt viele Menschen die Balance zwischen Arbeit und Privatleben bewundern, die sie erreicht hat. Allerdings ist keine Geschichte für immer perfekt. Das Leben von Nicole und ihrer Familie wurde erschüttert, als bei ihr die Diagnose Alzheimer gestellt wurde. Dabei handelt es sich um eine grausame Krankheit, die zum Verlust des Gedächtnisses und der kognitiven Fähigkeiten führt und die Lebensqualität der Patienten und ihrer Familien erheblich beeinträchtigt. Nicoles Ehemann, der seit 40 Jahren an ihrer Seite ist, steht derzeit vor einer der größten Herausforderungen seines Lebens. Er war sehr besorgt und traurig und hatte Angst, dass er sich von dem Partner verabschieden müsste, den er am meisten liebte. Alzheimer raubt ihnen nicht nur ihre Erinnerungen, sondern lässt auch die Spuren der Liebe und des Glücks verschwinden, die sie einst geteilt haben. Obwohl diese Diagnose viel Schmerz und Angst mit sich bringt, ist sie nicht ohne Hoffnung. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass es zwar derzeit keine Heilung für Alzheimer gibt, es aber Behandlungen gibt, die den Gedächtnisverlust verlangsamen können. Nicole und ihre Familie finden Trost in diesen medizinischen Fortschritten und hoffen, dass ihre gemeinsame Zeit noch länger anhält. Nicole Seibert ist eine starke und zielstrebige Frau. Mit der Unterstützung ihrer Familie und ihrer Fans kann sie die Schwierigkeiten, die diese Krankheit mit sich bringt, überwinden. Auch wenn die Alzheimer-Krankheit ihre Erinnerungen trübt, wird die Liebe, die sie und ihr Mann seit 40 Jahren zueinander hegen, niemals verblassen. Aus diesem Anlass senden wir Nicole unsere besten Wünsche und hoffen, dass es ihr bald besser geht und sie weiterhin glückliche Momente mit ihrer Familie genießen kann. Nicoles Leben mit seinen Erfolgen und seiner Liebe ist für uns alle eine große Inspiration. Wir hoffen, dass Nicole auch im Alter von 59 Jahren und angesichts dieser großen Herausforderung in jedem Moment ihres Lebens Freude und Frieden finden wird. Nicole Seibert hat mit Talent und Liebe ein wundervolles Leben geführt. Und ganz gleich, welche Herausforderungen auf sie zukommen, die Liebe ist immer das Leidlicht und hilft ihr und ihrer Familie, ihre Lebensreise mit Glauben und Hoffnung fortzusetzen. Im Laufe ihres Lebens und ihrer Karriere hat Nicole Seibert unzählige, unvergessliche Erinnerungen geschaffen. Die von ihr komponierten und aufgeführten Lieder haben die Herzen von Millionen Menschen berührt. Von Liedern voller persönlicher Emotionen bis hin zu Liedern mit starken Botschaften über Liebe und Leben hat Nicole ein reiches musikalisches Erbe geschaffen. Aber die wertvollsten Erinnerungen für Nicole sind vielleicht nicht nur Auszeichnungen oder öffentliche Anerkennung, sondern einfache, aber liebevolle Momente mit ihrer Familie. Sie erzählte einmal, dass ruhige Abende mit ihrem Mann und ihren Kindern, Familienessen oder Kurztrips die Dinge seien, die sie am meisten schätzt. Diese Momente sind zwar klein, enthalten aber eine Welt voller Liebe und sind eine große Quelle der Ermutigung, die ihr hilft, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Was Nicole während ihrer gesamten Zeit mit der Alzheimer-Krankheit stark machte, war die bedingungslose Liebe ihrer Familie. Ihr Mann, der ihr seit vier Jahrzehnten zur Seite steht, ist ihr in dieser schwierigen Zeit weiterhin eine starke Stütze. Er war immer an Nicoles Seite, kümmerte sich bis ins kleinste Detail um sie und sorgte dafür und sorgte, dass sie immer die Liebe spürte, die er für sie empfand. Die beiden Kinder Joelle und Marie-Claire widmen sich, auch wenn sie erwachsen sind und ihr eigenes Leben führen, immer der Zeit und Zuneigung, um sich um ihre Mutter zu kümmern. Sie verstehen, dass die Liebe, die sie zu ihr empfinden, niemals verblassen wird, auch wenn eine Krankheit dazu führen kann, dass ihre Mutter sie in Zukunft nicht mehr erkennt. Starke Unterstützung erhält Nicole nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von der Fangemeinde. Diejenigen, die ihre Karriere im Laufe der Jahre geliebt und verfolgt haben, haben ihr immer gute Wünsche und aufrichtige Ermutigung geschickt. In den schwierigsten Momenten gaben diese Gefühle Nicole sicherlich Trost und Kraft. Obwohl die Zukunft viele Herausforderungen bereithält, ist Hoffnung immer vorhanden. Nicole und ihre Familie sind ständig auf der Suche nach den besten Behandlungsmöglichkeiten für die Alzheimer-Krankheit. Sie verstehen, dass Zeit kostbar ist und jeder gemeinsame Moment es wert ist, geschätzt zu werden. Fortschritte in der Medizin haben Alzheimer-Patienten und ihren Familien neue Hoffnungen eröffnet. Nicole erinnert sich vielleicht nicht genau an alles, aber die Liebe und Verbindung zu ihren Lieben wird weiterhin bestehen. Dies ist eine Quelle der Motivation für die ganze Familie, weiter zu kämpfen und niemals aufzugeben. Die Geschichte von Nicole Seibert ist nicht nur die Geschichte eines Lebens voller Erfolg und Liebe, sondern auch eine Geschichte von Widerstandskraft und Mut. Trotz großer Herausforderungen bewahrten sie und ihre Familie ihren Glauben und ihre Liebe und überwanden alle Schwierigkeiten. Was Nicole zur Musik und zum Leben beigetragen hat, wird für immer in den Herzen ihrer Fans und ihrer Familie weiterleben. Ganz gleich, was die Zukunft bringt. Ihre Geschichte bleibt eine Quelle der Inspiration und erinnert uns an die Kraft der Liebe und der Einheit der Familie. Das Leben von Nicole Seibert, erfüllt von schönen Erinnerungen und grenzenloser Liebe, ist weiterhin ein Symbol für Hoffnung und Ausdauer. Und in jedem Moment wird sie von der Liebe ihrer Lieben und Fans überall umgeben sein. Nicole begann ihre Musikkarriere bereits im Alter von 16 Jahren mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single Dieses Lied war sofort ein Hit und brachte Nicoles Namen auf die deutsche Musiklandkarte. Die Klarheit ihrer Stimme und ihr süßes, reines Image haben die Aufmerksamkeit sowohl der Öffentlichkeit als auch der Kritiker auf sich gezogen. Den ersten Höhepunkt ihrer Karriere erreichte Nicole 1982, als sie Deutschland mit dem Lied »Ein bisschen Frieden« beim Eurovision Song Contest vertrat. Dieses Lied gewann nicht nur den Wettbewerb mit einer überwältigenden Punktzahl, sondern wurde auch zu einem globalen Musikphänomen. »Ein bisschen Frieden« wurde in viele Sprachen übersetzt und landete in vielen Ländern an der Spitze der Musikcharts, von Deutschland über Schweden bis hin zum Vereinigten Königreich. Dieser Sieg katapultierte Nicole zu internationalem Ruhm und öffnete ihr viele Türen in ihrer Musikkarriere. »Ein bisschen Frieden« war nicht nur ein Lied, sondern auch ein Symbol für den Friedenswillen während des Kalten Krieges und machte Nicole zu einer musikalischen Botschafterin der Friedensbotschaft auf der ganzen Welt. Nach dem Erfolg von »Ein bisschen Frieden« baute Nicole ihre Karriere mit einer Reihe erfolgreicher Alben und Singles weiter aus. Alben wie »So viele Lieder sind in mir«, »Meine Lieder« und »Ein bisschen Frieden« festigten ihre Position in der deutschen und europäischen Musikszene. Nicole singt nicht nur auf Deutsch, sondern veröffentlicht auch Songs auf Englisch und Französisch und erweitert so ihren Einflussbereich international. Nicole ist auch eine talentierte Musikerin und komponiert viele Lieder für sich selbst und andere Künstler. Die Kombination aus ihrer warmen Stimme, ihren Fähigkeiten als Songschreiberin und ihren Fähigkeiten als Bühnendarstellerin hat ihr über die Jahrzehnte hinweg zu einer erfolgreichen Karriere verholfen. Im Laufe ihrer Karriere hat Nicole unzählige Musikpreise gewonnen, darunter deutsche Musikpreise wie »Goldene Stimmgabel« und »Echo«. Darüber hinaus wurde sie mehrfach bei internationalen Preisverleihungen geehrt und bestätigte damit ihre Position als eine der führenden Künstlerinnen Europas. Nicole ist nicht nur für ihre Popsongs bekannt, sondern auch im Schlagergenre erfolgreich, einer in Deutschland beliebten Musikrichtung mit sanften Melodien und romantischen Texten. Dies hat ihr geholfen, über Generationen hinweg eine große Basis treuer Fans zu behalten. Nicole ist nicht nur Künstlerin, sondern auch eine kulturelle Ikone. Im Laufe ihrer mehr als vier Jahrzehnte währenden Karriere hat sie ein reiches musikalisches Erbe geschaffen, das nachfolgende Künstlergenerationen beeinflusste. Die digitalen Schulen an der Schule gemacht, das ist so eine Skala, das können sie selber, glaube ich, regeln. Da war jemand sehr schnell gerade. Genau, also das werden sie, da wird sozusagen der Durchschnitt so ein bisschen bemessen, insofern wandert das möglicherweise hin und her. Skala bewegt sich im Moment in einem... Keinem Mittelfeld, würde ich mal sagen. Skala geht... Bewegt sich ein bisschen... Vorhin waren wir auch so bei dieser Größenordnung. Ich kann unten sie auch sehen, wie viele schon teilgenommen haben. Daran würde ich das natürlich messen, was sie... Also wer alles noch mitmachen will. Aber gehen wir mal weiter, denke ich. Und dann die Frage der Fragen. Welche Fragen haben Sie? Welche Frage interessiert Sie tatsächlich heute am meisten an diesem Webinar? Ganz kurz und knapp. Wir werden uns das jetzt ein bisschen angucken. Und auch natürlich die beiden Referenten, Dian und Philipp, gucken sich das auch an und sehen auch, welche Fragen im Raum sind und so weiter. Welche Frage interessiert Sie heute, was das Thema betrifft, Lernkultur und digitale Tools am meisten? Sie können es ja auch sehen. Ich versuche mal ein bisschen durchzugehen. Wir haben Praxisbeispiele für verschiedene Tools. Wir haben die zentrale Frage auch, die man da auch so rumstellen könnte. Welche Tools unterstützen denn eine neue Lernkultur? Spannende Frage, kann Softwarepädagogik beeinflussen? Praxisbeispiele, didaktische Fragen oder Didaktik insgesamt? Auch die Erfahrung mit anderen mitzubekommen. Das ist auch ein wichtiger Punkt für Sie. Dann sind wir schon im Impulsteil. Ich möchte kurz auch mit den Fragen das ein bisschen wirken lassen. Und gleichzeitig Philipp Wampler und Dian Michalowitsch auf die Bühne bitten. Hallo, ihr zwei. Schön. Noch einmal zurück, jetzt so richtig. Die Fragestellung ist ja, welche Lernkultur und was das mit digitalen Tools zusammenhängt und so weiter. Wir haben jetzt auch noch natürlich eine Präsentation vorbereitet. Welche Lernkultur steht hinter welchen digitalen Tools? Noch kurz zu euch beiden vielleicht, ehe ich dann das Wort übergebe. Philipp Wampler ist Dozent für Deutschdidaktik an der Universität in Zürich. Kinders in Zürich.